Das hat für Menschen eine große Rolle spielen. Zwischen den Zehen manchmal auch sogar. Ja, also unterschiedlich. Also als Nahrung, als Medizin, Medikament und eben zur Bewusstseinserweiterung. Und das ist also eine unglaubliche Geschichte eigentlich, dass so ein kleines Pilzchen wächst. Das isst man und die Welt verändert sich auf eine nie gekannte, aber einem doch vertraut vorkommende Wirklichkeit. Und in der man lernt. Sie müssen das ja probiert haben, sonst könnten Sie das nicht so beschreiben. Natürlich, also ich bin doch kein Reiseführer, Schreiber, der nie in dem Land, was er beschreibt ist. Also Sie ziehen sich dann den Pilz rein und dann... Ich nehme ihn rituell zu. Natürlich nehme Sie rituell zu, finde ich völlig verständlich. Also Sie haben was mitgebracht? Ja, ja, ja. Ist das denn legal? Also ich habe nur legale Sachen. Ich habe keine Ahnung, ich habe ich... ! Bis zum nächsten Mal.